Hallo, ich bin Marc Schneider aus dem Knipex Produktmanagement und ich stelle Ihnen heute die Welt der Knipex Krimzangen vor. In der Krimtechnik gibt es die verschiedensten Steckertypen, wie zum Beispiel isolierte Verbinder, unisolierte Verbinder, Westernstecker, Quetschkabelschuhe und so weiter und so weiter. Für all diese Steckertypen bieten wir verschiedene Lösungen an, wie zum Beispiel die Handkrimzangen auf dieser Seite oder die automatischen oder halbautomatischen Zangen auf dieser Seite. Alle automatischen und halbautomatischen Zangen haben folgende wichtige Eigenschaften. Zum einen ist das die Zwangssperre. Zwangssperre bedeutet hohe Wiederholgenauigkeit, gleicher Pressdruck und normengerechte Verbindung. Das heißt, nach dem Schließen öffnet sich die Zange wieder automatisch. Dann haben wir eine große Kraftübertragung, dass auch bei großen Querschlitten das Krimpen einem sehr leicht fällt. Zu guter Letzt haben wir noch einen notlösen Hebel. Damit bewirkt man, dass, wenn man einen falschen Verbinder eingelegt hat, durch Drücken des Hebels die Zange sich automatisch wieder öffnet. Die Multikrimp ist eine universelle Krimp-Zange mit Wechselmagazin. Die ist erhältlich mit drei oder fünf verschiedenen Krimp-Einnetzen. Alle gängigen Krimp-Verbinder können damit verpresst werden, wie zum Beispiel ADN-Hülsen bis 25 Quadrat. Unisolierte Flachsteckverbinder bis 6 Quadrat. Isolierte Verbinder bis 6 Quadrat. Die unisolierten Verbinder und die Quetschkabelschuhe gehen bis 10 Quadrat. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie man in fünf Sekunden zum Gesenkwechsel kommt. Das geht sehr fix. Zange leer, Magazin einstecken. Den richtigen Krimp-Ansatz anwählen. Fertig. Dann fertig zum Krimpen. Zum nächsten Krimp. Ganz schnell. Magazin eingesteckt. Krimp-Ansatz angewählt. Rausholen. Fertig zum Krimpen. Die KNIPPEX Multikrimp ist eine Krimp-Zange mit Wechselsystemen. Fünf Zangen in einer. Das bedeutet platzsparend, kostensparend und gewichtssparend. Das ist wichtig für den Servicetechniker, der täglich im Einsatz ist. Die Krimp-Systemzange ist eine Zange, die leer ohne Presseinsatz ausgeliefert wird. Das heißt, der Anwender kann die Presseinsätze individuell dazu bestellen. Aktuell haben über 47 verschiedene Krimp-Ansätze im Katalog und über 1000 verschiedene im Programm. Das geht von Standardverbindern bis hin zu Spezialsteckern. Außerdem sind noch diverse Lokatoren erhältlich. Das heißt, das sind Hilfen, die den Stecker während des Pressvorganges fixieren. Er kann sich nicht verdrehen. Ich zeige das mal anhand eines ganz normalen Flachsteckverbinders. Das Gesenke ist eingebaut. Die Hilfe zum Positionieren ist angebaut. Ich stecke den Stecker einfach rein. Das Kabel rein. Fertig. Die Krimp-Systemzange hat eine parallele Pressbewegung. Das heißt, während des Krimp-Vorganges sind die beiden Pressbacken immer parallel zueinander. Das ist wichtig, wenn Sie kleinere Stecker und kleinere Querschnitte verpressen haben. Mit der Krimp-Systemzange haben Sie die Möglichkeit, sich ständig neuen Herausforderungen anzupassen. Das heißt, die Industrie entwickelt ständig neue Stecker und wir entwickeln dazu die Presseinsätze. Sprechen Sie uns einfach an. Neben unserer Krimp-Systemzange gibt es auch die elektromechanische Krimp-Zange eKrimp. Auch bei der Zange kann man die Krimp-Einsätze beliebig auswechseln. Wenn Sie Interesse daran haben, schauen Sie sich unser Produktvideo an, auf unserem YouTube-Channel oder auf unserer Webseite. Die Zangen aus der Prezifus-Serie sind Zangen mit fest verbauten Krimp-Einsätzen. Kleine, kompakte Zange, geringes Gewicht, fest verbaute Krimp-Einsätze, hohe Übersetzung, günstige Schenkelstellung. Folgende Verbinder können damit verpresst werden. Coxialverbinder, Stoßverbinder, isolierte, unisolierte Verbinder, Quetschkabelschuhe, Aderendhülsen, Flachsteckverbinder und auch Schrumpflaufverbinder. Hier macht das Arbeiten richtig Spaß. Auch für diese Krimp-Zangen sind sogenannte Positionierhilfen oder Lokatoren erhältlich. Die stellen sicher, dass sich der Verbinder beim Krimpen nicht verdreht. Ich zeige Ihnen mal anhand eines isolierten Verbinders, wie man mit der Prezifus verpresst. Stecker einlegen, das Kabel einführen, zudrücken, verpressen, fertig. Die Prezifus ist das ideale Werkzeug für den Service-Techniker oder für die Werkstattmontage. Die Krimp-Hebelzange. Ein Werkzeug mit fest verbauten Krimp-Einsätzen mit einer bis zu 30 Prozent reduzierten Handkraft gegenüber handelsüblichen Krimp-Zangen. Folgende Verbinder können verpresst werden. Coaxialverbinder, Stoßverbinder, isolierte, unisolierte Verbinder, Quetschkabelschuhe, Aderendhülsen bis 50 Quadrat. Ich zeige Ihnen mal anhand eines sehr dickweiligen Stoßverbinders, wie man mit der Zange arbeitet. Zange öffnen, Verbinder einlegen, Kabel einlegen, den unteren Schenkel mit dem Zeigefinger ranholen und dann mit beiden Händen verpressen. Sie sehen auch bei so einem dickweiligen Verbinder, wie einfach es geht. Die Krimp-Hebelzange, ideal für größere Querschnitte. Unsere automatischen Zangen für Aderendhülsen bieten wir an mit einer Seitenanführung. Einmal mit Sechskant-Verpressung von 0,08 bis 10 Quadrat oder einmal mit einer Vierkant-Pressung von 0,08 bis 16 Quadrat. Wann benutze ich eine Vierkant-Pressung? Zum Beispiel, wenn ich an einer Klemme arbeite, die eine größere Kontaktfläche hat. Wann eine Sechskant-Pressung? Zum Beispiel in der Klemme, wo ich wenig Platz habe, weil diese Pressung nahezu rund ist. Ich zeige Ihnen mal anhand einer Aderendhülse, wie man damit verpresst. Diese Zangen sind komplett selbst einstellend. Das heißt, die Zangen stellen sich auf den Querschnitt, den ich benutze, automatisch ein. Ich kann also nichts vertauschen, indem ich die falschen Pressbacken verwende. Die Hülse einlegen, Zangen zudrücken, fertig. Hoher Bedienkomfort, durch geringe Presskraft, günstige Schenkelweite, geringes Gewicht. Auch einen größeren Querschnitt wie 16 Quadrat kann ich mit der Zange nahezu mühelos verpressen. Den Querschnitt kann ich hierbei bei der Vierkant-Pressung von 10 auf 16 umstellen. Ich lege die Hülse ein, Kabel ein, zudrücken, fertig. Egal ob isolierte, unisolierte oder Twin-Aderendhülsen, alles ist möglich. Für Arbeiten im Schaltschrankbau bieten wir unsere Zangen mit Fronteinführung an. Auch diese sind komplett selbst einstellend, automatisch und haben eine Vierkant-Pressung. Ich zeichne das mal anhand eines kleinen Querschnittes, zum Beispiel 1,5 Quadrat, Hülse einlegen, zupressen, fertig. 16 Quadrat, hier muss ich diesen Hebel umlegen, von 10 auf 16 Quadrat. Jetzt kann ich auch mit wenig Handkraft diese größere Hülse verpressen. Twin-Aderendhülsen, auch das geht problemlos, 2 mal 4 Quadrat, Hebel umstellen auf 10 Quadrat, einlegen, zupressen, fertig. Hoher Bedienkomfort, wenig Kraftaufwand, geringe Schenkelweite, geringes Gewicht, einwandfrei. Unsere selbst einstellenden Zangenpfeiter Endhülsen mit Seitenanführung oder Fronteinführung sind das ideale Werkzeug für die Profi-Anwender. Unsere Fiedern-Krimzangen für gedritte Kontakte werden für Stift- und Kontakte eingesetzt, die häufig in der Luftfahrt, im Automobilbereich und in der Medizin verwendet werden. Das sind Zangen für höchste Krimp-Ansprüche. Den Krimp-Durchmesser kann ich mithilfe dieses Stellrades einstellen. Hinten hat man die Möglichkeit, das Stellrad festzustellen. Mit der mitgelieferten Einstellmatrix kann ich die richtigen Werte an der Zange einstellen. Bei den Modellen mit den digitalen Anzeigen habe ich die Möglichkeit, die Anzeige umzustellen von Millimeter auf Inch oder auf die amerikanische Mill-Norm. Ich zeichne jetzt mal, wie man so einen gedrehten Kontakt verpresst. Als erstes muss ich den Durchmesser einstellen. Das mache ich mit dem Stellrad. Dann den richtigen Locator anwählen, in dem Fall Nummer 2. Dann lege ich den Kontakt ein und dann das Kabel. Dies ist ein besonders sicherer und belastbarer Krimp, denn die vier synchron laufenden Backen pressen gleichmäßig ein Dornprofil in den Stecker hinein. Die vier Dorn-Krimp-Zangen mit digitaler Anzeige verfügen über eine Software, die den Verschleißgrad misst und dem Anwender anzeigt, wann die Zange zum Rekalibrieren oder zur Wartung in den Betrieb geschickt werden muss. Das Rekalibrieren kann der Anwender selber machen, indem er einfach die mitgelieferten Leerdorn dazu benutzt. Wir empfehlen eine Wartung nach ca. 50.000 Krimp-Anwendungen. Unsere Vierdorn-Krimp-Zangen für gedrehte Kontakte sind höchst präzise und wiederholgenau und arbeiten am Krimp-Bereich von ein Hundestel Millimeter. Diese Vielfalt an Vierdorn-Krimp-Zangen ist einzigartig auf dem Markt. Krimp-Zangen für Westernstecker. Westernstecker werden im Bereich des Netzwerkes, Internet oder Telefon verwendet. Wir bieten zwei Modelle an. Zum einen eine Zange für sechs- und achtpullige Stecker und zum anderen eine Zange für vier sechs- und achtpullige Stecker. Mit diesen Zangen können Sie schneiden, abisolieren und verkrimpen. Das zeige ich Ihnen mal. Flachbandkabel einlegen, zudrücken, festhalten und ziehen. Die richtige Länge ist abisoliert. Jetzt nehme ich den Stecker und stecke ihn in das passende Krimp-Profil hinein. Nehme das Kabel, stecke es hinein bis zum Anschlag und drücke zu. Fertig. Auch die Stecker mit den seitlichen Fähnchen können verwendet werden, indem ich einfach dieses kleine Plättchen mit einem Schraubendreher demontiere. Unsere Westernstecker-Zangen universell schneiden, abisolieren, krimpen, alles mit einer Zange. Wenn Sie nun gelegentlich ADN-Hülsen verpressen, so können Sie auch unsere preisgünstigen Handzangen zurückgreifen. Wir bieten diese in drei Versionen an. Zum einen ist das die Zange bis 2,5 Quadrat, Mitte-Seiteneinführung und Trapezpressung. Das geht so. Hülse einlegen, zu pressen, fertig. Bis 16 Quadrat haben wir eine Zange mit einer Dornpressung. Das ist diese Zange hier. Auch hier können Sie problemlos größere Querschnitte mit wenig Handkraft verpressen, durch die gute Übersetzung. Mit Fronteinführung bieten wir folgendes Modell an. Das ist diese Zange. Diese hat eine Trapezpressung. Sehr gut im Bereich, wo Sie wenig Platz haben, zum Beispiel im Schalschrankbau. Die Handpresszangen von Kniepex vor der Endhülsen sind eine kostengünstige, einfache Alternative, mit der ich trotzdem einen dienngerechten Krimp erreiche. Das Krimp-Zangensortiment von Kniepex. Von den einfachen Handkrimp-Zangen über die halb- und vollautomatischen Zangen bis hin zur elektromechanischen Krimp-Zange. Hier finden Sie für jede Anwendung die richtige Lösung.